so ach gott ein teil mache ich noch ein resi mache ich noch bin ich hier sieht schon komisch aus die badewanne ist voll mittreckig im wasser möchtest du ihn stützen ja möchte ich jetzt geht das licht aus und das verrate kommt von hinten anscheinend doch nicht ein kleiner schlüssel noch etwas nichts von interesse na gut dann gehe ich halt wieder kommt leute den kleinen schlüssel könnten wir eigentlich mal direkt benutzen er ist jetzt zwar wieder eine kleine weltreise watch out nein 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 chris so hier war das hey schroten munition also ich finde dafür lohnt sich's mein inventar ist wieder voll boah diese scheiß hunde ich kann mich aufregen aber sechs grüne kräuter ist echter abschuss nein 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 den raum kenne ich da kommen wir später oh ähm ach lauf doch nicht weiter äh 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 Das war jetzt nicht euer Ernst. Chris, dreht den doch in die Eier. Meine Fresse, du dummer Fransom. Stirb! Alter! Gehen wir nicht schon wieder auf die Eier? Ist nicht wahr, ist nicht wahr. Wie ich verarscht werd vom Spiel. Komm jetzt, du Bastard. Komm. Gehen wir nicht auf die Nüsse. Munition verballert, Energie verballert. Arschlöcher. Elender Hundesohn. Was eine Scheiße. Ganz ehrlich. Boah. Da fühlst du dich nur noch verarscht. Von den Hunden vorhin übelst schikaniert. Von... Zwei Zombies! Ach. Ja, zum Teufel. Jaha. Jaha. Unglaublich. Ehrlich. Ja, ein rostiger Boiler. Ich will doch den scheiß Boiler gar nicht. Jaha. Boah, ich schlag mich jetzt hier schon sieben Minuten lang nur mit Scheiße rum. Die Hälfte von dem Part ist für die Katzen. Darf nicht wahr sein, so ne Scheiße. So. Sie haben sie geöffnet. Trifft sich sehr gut. Jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß, dass wir hier jetzt in einen Speicherraum kommen. Denn hier waren wir schon mal. Hier haben wir ganz am Anfang die Chemikalie geholt. Und so, Kraut, Kraut, Munition. Oh, misch die doch gleich. So. Jetzt nehme ich noch das defekte Gewehr mit. Und gut ist. Jaha. Ratet mal, warum. Jetzt gehe ich durch diese Tür, die ich vorhin so gekonnt ignoriert habe. Es ist gefährlich hier. Ja, der Blick von oben, ja, der ist nicht ohne. Ein Wandbehang, nichts von Interesse. Eine Urne mit einem hübschen Bild darauf. Das Ding hier, auf das kommt es an. Ich möchte die Schrotflinde. Die kann man sich einfach so nehmen. Wenn man jetzt im Gegenzug nicht das defekte Schrotgewehr hinhängt. Quasi als Ausgleich wieder. Kommt einem hier nämlich die Decke runter. Und die tötet einen, weil da Zacken dran hängen und so weiter und so fort. So. Wo komme ich hier hin? Ach du Scheiße, die... Oh, oh. Die Bilder. Der Titel ist Gib mir friedlichen Schlaf. Schnauze da oben. Das Bildnis eines müden Mannes im mittleren Alter. Schalter. Da unten ist ein Schalter. Möchten Sie ihn? Nein. Eines neugeborenen Babys. Mein Grabber spackt. Da unten ist ein Schalter. Nein. Also neugeborenes Baby. Alter Mann haben wir hier. Oh Gott. Hier hängt gerade alles. Ein Bild mit einem jungen Mann. Habe ich jetzt Ja gemacht? Ja, habe ich. Oh, Kleinkind. Lebhaften Jungen. Und hier haben wir alten Mannes. Da ist einer. Gib mir den Frieden des Todes. Und ich werde dir die Freude des Lebens geben. Da unten ist ein Schalter. Nein. So. Das müssen wir jetzt in der richtigen Reihenfolge machen. Ich glaube vom Baby bis hin zum Greis. Neugeboren. Du bist der Erste. Oh, spack doch nicht so rum hier. Meine Fresse. Er kriegt... Ah. Ein Kleinkind. Ja. Junger Mann. Ja. Schnauze. Eines müden Mannes. Nein. Ach so. Ne. So. Moment, 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 Moment. Die haben wir. War hier der alte Mann. Einen lebhaften Jungen. Scheiße. Ich glaube, ich habe falsch gemacht. Ah, ich glaube, vor dem Ding ins Kirchen kommt noch. Ne, ich glaube, ich glaube, das ist falsch diesmal. Das müsste falsch sein. Ich glaube, der Junge kommt vor dem jungen Mann. Ja, 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 wenn ich jetzt drauf drücke, habe ich Scheiße gebaut und die Krähen kommen. Habe ich recht? Ja, ich habe Scheiße gebaut. Oh, und es hängt so. Boah, Leute. Okay, wir machen das anders. Ich gehe zuerst mal wieder speichern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier in diesem Raum mit den ganzen Bildern. Und ich habe dann die richtige Reihenfolge eingegeben. Bis dann, euer Slagsi.